Ein gutes Lernklima ist unerlässlich für den erfolgreichen Bildungsprozess. Nur Kinder, die sich in ihrer Umgebung angenommen und wohlfühlen, können motiviert lernen. Daher ist das Programm des Vereins Respekt sehr förderlich für einen wertschätzenden Umgang miteinander. Am heutigen Mittwoch waren sie zu Gast bei der Grundschule in Lamme und gaben einen 90-minütigen Kurs für die Kinder eines zweiten Jahrgangs, um das sozial-emotionale zu lehren. Wir spielen ganz viel Spiele, wo es um Kooperation geht, Spiele, wo es um Empathiefähigkeit und Rücksichtsnahme geht und um so einen sozialverträglichen Umgang der Kinder zu üben. Und auf der anderen Seite machen wir aber auch ein Konflikt-Training. Das heißt, die Kinder sollen am Ende des Programms möglichst oder im besten Fall in der Lage sein, ihre Konflikte selbstständig austragen zu können und das Ganze gewaltfrei durchzuführen. Also ich übe mit den Kindern deeskalierendes Konfliktverhalten. Einmal im Jahr kommt der Verein Respekt seit 2016 bei der Grundschule in Lamme vorbei. In dem Kurs werden verschiedene Spielformen durchgeführt, aber zugleich auch ein respektvoller Umgang den Kindern untereinander beigebracht. Sehr zur Freude der Lehrer und Direktorin der Grundschule, da sich die Kurse auf die Kinder sehr positiv auswirken. Das bewährt sich ganz, ganz toll. Wir haben an der Schule ein ganz besonders gutes Sozialklima. Die Kinder gehen gut miteinander um und auf dem Pausenhof wirkt sich das natürlich sehr extrem aus, weil alle Klassen geschult sind, weil alle Klassen wissen, wie es geht und dass sie miteinander reden müssen. Und wir haben nie Kämpfe auf der Schule.